Seht ihr, sind schon fast unten. Oh, da ist jetzt das weggebrochen. Naja, komm du, du. Sammel mal das auf. Jetzt weiter arbeiten. Du wirf mal dein Zeug bitte hier ab. Du kommst da nicht raus. Äh, das wollte ich nicht. So, dann helfen wir dem mal hier raus. So. Und dann müssen wir hier wieder aufräumen. So, euch. Äh, euch hierher. Das da weg. So. Gut. Auf beiden Seiten... Wobei, du bist schon auf zwei unten. Ja, okay. Du bist noch auf drei. So, das hier haut ihr dann auch mal weg. Da habt ihr jetzt etwas mehr zu tun, weil es etwas größer ist. Und ihr euch nicht richtig koordinieren könnt, ist auch schön. So, machen wir es mal so. Gut. Gut. Und ja, sowas habe ich gemeint, ist der Grund, warum ich da noch eine extra Schicht drauf packe. Einfach damit wir nicht solche komischen Böden nachher haben. Wenn wir dann mal in der Burg anfangen. Gut. 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 Sie sind teilweise recht unkoordiniert, sie versuchen den gleichen Block alle abzubauen. Ah ja, irgendwie ist es witzig, ihn zuzusehen. Ja, irgendwie ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1700 1700 sind 170 Felder und hier habe ich angeblich noch 274 Ich glaube, ich habe eine neue gute Idee Nämlich die Idee, dass ihr alle wieder zurück zum Flatten geht Und ihr alle mal den hier macht Dann können wir nämlich die Line hier runter zum Fertigmachen erst mal Bevor wir dann hier alles wegmachen Und ich glaube, das hier tue ich auch mal steinfrei machen Einfach, dass wir dann nachher einen Anhaltspunkt haben Auf der Seite Oh Okay Oh, okay. So, gut. Gut, gut. Die tragen jetzt das schön weiter ab und die füllen das hier auf. So werden wir wenigstens etwas steinlos. Erst einmal. Hm. Hmm. Hmm. Oh, noch vier Ebenen fast. Sehr gut. Sehr gut. Sie könnten sich aber wirklich mehr verteilen, ey. Ja, so ein bisschen. Und ja, so fletten wir das Plateau nach und nach runter und füllen eine Deckschicht drauf. Und ja, so fletten wir das. Und ja, so fletten wir das. Oh, hier. Oh. Hier. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Oh. Hier füllen sie jedoch wieder total durcheinander. Ich weiß gerade nicht, habe ich irgendwie nie so wirklich drauf geachtet, oder? So. Fällt mir das jetzt erst auf, dass da die... Oh. Ups. Das ist natürlich ungut. Das hier die Pfeile sind. Die muss mir wirklich mal ältere Videos angucken. Weil wir sind ja immer noch auf Version 1.1 eigentlich. Das finde ich jetzt allerdings... Achso, ihr seid schon da unten und habt noch keinen Bock gehabt, die da wegzumachen. Ah ja, so ist gut. Das heißt, ich kann euch jetzt wieder darüber schicken und dich löschen. Okay. 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 Macht hier mal wieder ein total wildes Chaos durcheinander. Bin ja nichts besseres von euch gewohnt. Das war jetzt doof. Ja, du bist mal so nah dran. Komm mal kurz her. Taschen sind wieder voll. Gut. Du, mach das hier weg. Das wir hier gerade machen mal. Das hier, das Stück kann einer übernehmen. Jetzt nehme ich gerade die Frage, wenn ich hier müsste eigentlich genau hier hinpassen.